Ihr hört The Queen Will Rise, Band 2 der Reihe Vampire Royals, von Marie Niehoff, gelesen von Dagmar Bittner und Sven Nacht, ein Hörbuch des Argon Verlags. Black and Blue Das Knacken von Knochen heilt von den rauen Steinmauern der Zelle wieder, dicht gefolgt von einem unterdrückten Wimmern. Das Geräusch ist gleichermaßen befriedigend wie abstoßend, doch ich halte mich nicht damit auf, meine Empfindungen zu hinterfragen. Stattdessen atme ich tief durch. Die Luft ist stickig. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil in meiner Brust dieses Feuer lodert, das alles zu verschlingen droht und mir das Atmen schwer macht. Meine Hände finden zitternde Schultern. Ich spüre schweißnasse, kühle Haut unter meinen Fingern und presse meine Daumen mit sanftem Druck in die Stelle zwischen Schulterblättern und Wirbelsäule. Du verschwendest meine Zeit, sage ich ruhig und verstärke meinen Griff noch ein wenig. Fang an zu reden und das hier hört auf. Als Antwort bekomme ich nicht mehr als ein raues Lachen. Es bringt mein Blut nur noch stärker zum Kochen. Fick dich, spuckt Valerian aus und sofort kassiert er vor meiner Wache einen weiteren Schlag ins Gesicht. Sein Kopf fliegt zur Seite, doch ich halte seine Schultern eisern fest und lasse in einer stillen Drohung meine Daumen kreisen. Die Berührung ist zu grob, um angenehm zu sein und dennoch so viel sanfter als alles, was ich ihm gern antun würde. Ich muss mich bewusst davon abhalten, ihm hier und jetzt das Genick zu brechen. Nur zu gern würde ich meinem Hass of Valerian freien Lauf lassen. Es bräuchte nicht mehr als das Zucken meiner Finger, um mich zumindest kurzfristig zu fühlen, als hätte ich die Situation unter Kontrolle. Doch was uns dann immer noch fehlen würde, sind Antworten. Antworten, die ich brauche und trotzdem nicht hören will. Denn ich möchte alles, was in den letzten sechs Monaten passiert ist, am liebsten verdrängen. Sobald ich auch nur anfange, darüber nachzudenken, kommt es mir vor, als würde ich mich damit selbst von innen heraus in Stücke reißen. Valerian hebt den Kopf und spuckt Blut aus. Ein angestrengtes Röcheln dringt aus seiner Kehle. Wir sind schon eine ganze Weile hier unten. Dennoch schweigt er. Es ist der vermutlich zweitgrößte Fehler seines Lebens. Direkt nach dem Versuch, einen Silberdolch in mein Herz zu rammen. Ich konnte den Kerl noch nie leiden. Gut zu wissen, dass mein Bauchgefühl mich zumindest hier nicht getäuscht hat. Was allerdings eine gewisse andere Person angeht. Ich atme tief durch und schiebe den Gedanken beiseite. Immer noch nichts? Frage ich kühl. Das bedeutet wohl, du brauchst die Hand nicht mehr. Diesmal warten meine Männer keine Antwort ab. Wieder halt ein Knacken durch das Kellergewölbe und sie brechen ihm auch den zweiten Finger. Den dritten, den vierten. Seinen Daumen heben sie sich bis zuletzt auf. Valerian beißt die Zähne zusammen und atmet gegen den Schmerz an. Meine Daumen streichen über seine Haut. Eine trügerisch sanfte Berührung, während ich mich hinunter zu seinem Ohr beuge. Weißt du, was das Gute an Vampirblut ist? Raune ich ihm zu. Es heilt euch Menschen. Lässt eure fragilen Knochen wieder zusammenwachsen. Wir können das hier so lange wiederholen, bis du mir sagst, was ich wissen will. Wie finde ich den Rest deiner Familie? Er dreht den Kopf und ich lasse zu, dass er sein Gesicht direkt vor meines bringt. Die Ähnlichkeit zu Florence ist praktisch nicht mehr erkennbar. Seine Nase ist gebrochen, die Haut auf seiner Wange aufgeplatzt. Ein Auge ist zugeschwollen, das andere Blut unterlaufen. Wobei das kühle Blau seiner Iris ohnehin einen Kontrast zu Florence warmen Braun darstellt. Dennoch erinnert er mich an sie. Vielleicht, weil er mich weiterhin mit dieser unbeugsamen Verbissenheit anfunkelt, die so typisch für die Familie Hawthorne zu sein scheint. Fick! Dich! Wiederholt er stoßweise und versucht allen Ernstes, mir eine Kopfnuss zu verpassen. Mühelos weiche ich ihm aus, umrunde mit zwei zügigen Schritten den Stuhl und schlage ihm diesmal selbst ins Gesicht. Blut spritzt, doch zu seinem Glück verfehlt es meinen teuren Anzug. Ich packe Valerian an der Kehle und drücke zu. Er röchelt, das Geräusch ebenso erbärmlich wie er selbst. Sein Blick wirkt verklärt und es sieht so aus, als hätte ich ihm den Kiefer gebrochen. Zugegeben, das macht das Sprechen schwierig. Doch es interessiert mich immer weniger. Mit jeder Minute, die ich hier verschwende, überspannt Valerian den Bogen meiner Selbstbeherrschung weiter. Und wenn er mir ohnehin keine Antworten liefert? Sein Gesicht läuft allmählich blau an. Wieder verspürt ein Teil von mir bei diesem Anblick Genugtuung. Der andere ist angewidert von mir selbst. Energisch stoße ich Valerian von mir und er kippt mitsamt dem Stuhl nach hinten. Keine Ahnung, ob er schafft, den Kopf so zu heben, dass er nicht auf dem harten Steinboden aufschlägt. Es ist mir egal. Wie erfolgreich er mit seinem Anschlag war, wenngleich er sein eigentliches Ziel verfehlt hat. Seit dem versuchten Attentat an der Sommersonnenwende habe ich kein Auge zu getan. Die Familie Hawthorne hat ganz London in Aufruhr versetzt. Die Vampire, die ohnehin schon Abneigungen gegen die Menschen hegten, fordern Konsequenzen. Und der rote Regen macht sich ihren Unmut zunutze, stachelt sie noch weiter auf. So sehr, dass jegliche Gesetze an Bedeutung zu verlieren scheinen. Und unschuldige Menschen zahlen dafür. Ich brauche Verantwortliche, wenn ich die Unruhen in der Stadt beenden will. Blut muss fließen, um die wütende Meute an Vampiren in meinem Rücken zu besänftigen. Und es würde nicht reichen, dafür nur Valerian und Florence herzunehmen. Ich brauche die ganze Familie. Weißt du eigentlich, was dein lächerlicher Mordanschlag ausgelöst hat? Frage ich ihn kalt. Er blinzelt benommen zu mir hoch. Ein Dutzend Morde an deinesgleichen. Allein gestern Nacht. Unschuldige sterben für deine Verbrechen. Wer ist jetzt das Monster? Du oder ich? Trotz seines Zustands entweicht ihm ein heiseres, abgehacktes Lachen. Ha, der ist nicht mehr zu helfen, krächzt er und verzieht schmerzerfüllt das Gesicht. Eines muss man ihm lassen. Er ist zäh. Doch das schürt meine Wut nur weiter. Und sie ergreift langsam, aber sicher Besitz von mir. Ich trete zurück. Setz ihn auf, befehle ich meinen Wachen. Und sie zerren Valerian mitsamt dem Stuhl wieder hoch. Er bläckt seine blutigen Zähne und ich schüttle schnaubend den Kopf. Meine nächsten Worte verursachen mir Selbstübelkeit. Dennoch bringe ich sie mit kühler Souveränität über die Lippen. Letzte Chance, mir etwas Brauchbares zu erzählen. Ansonsten muss ich diese Unterhaltung wohl mit deiner kleinen Schwester weiterführen. Besorgnis blitzt in seinen Augen auf. Dann regt er wie ein stures Kind das Kinn. Bevor oder nachdem du sie gefickt hast, spuckt er mir entgegen. Mein Schlag ins Gesicht trifft ihn so hart, dass er laut aufstöhnt. Wieder fliegt sein Kopf zur Seite. Blut rinnt aus seinem halboffenen Mund. Hass erfüllt starre ich ihn an. Mein Blick wandert über seinen nackten, blutüberströmten Oberkörper und ich spüre den Rest meiner Selbstbeherrschung in Flammen aufgehen. Bringt mir ein Messer, fordere ich so ruhig, wie meine Stimme es zulässt. Ein stumpfes. Wenn er schon nicht spricht, will ich ihn wenigstens schreien hören. Eine modrige Kälte beherrscht den Tower of London und arbeitet sich langsam aber sicher in jede Faser meines Körpers vor. Hinter dem winzigen Fenster meiner Zelle scheint zwar die Junisonne, doch nichts von ihrer Wärme sickert zu mir durch. Ich zittere immer zu, und obwohl ich mich weit oben in einem der Türme befinde, vermitteln mir die dicken Backsteinmauern das Gefühl, als wäre ich lebendig begraben. Seit zwei Tagen bin ich hier eingesperrt. Es waren zwei Tage in quälender Ungewissheit. Allein mit Scham und Schuld, Wut und Trauer. Mein Kopf hat noch nicht verstanden, was passiert ist. Mein Herz jedoch hängt längst in blutigen Fetzen. Ich fühle mich so verdammt hilflos. Obwohl mir klar ist, dass mein gesamtes Leben gerade in Schaben liegt, kann ich nichts tun, um das zu ändern. Vermutlich sollte ich schreien, toben, weinen. Doch ich bin seltsam losgelöst von mir selbst, als wäre die echte Florence irgendwo außerhalb dieser Mauern, wo ich sie nicht erreiche. Meine Finger und Zehen sind taub von der Kälte. Mein Kopf ist vernebelt, meine Gefühle sind verheddert. Das Einzige, was klar und deutlich bleibt wie Salz in einer offenen Wunde, ist die Erinnerung an die letzten Minuten der Sonnenbandfeier. An Benedikts wutentbranntes Gesicht und Valls eiskaltes Lächeln. Ich muss es nicht verstehen, um zu wissen, was passiert ist. Es gibt nur eine einzige logische Erklärung für das Desaster, das sich an diesem Abend zugetragen hat. Mein Bruder hat mich verraten. Valerian hat mir seine Unterstützung zugesichert und im nächsten Atemzug meinen Sekt vergiftet, um an den König heranzukommen. Vermutlich ist der einzige Grund dafür, dass Benedikt noch lebt, die Tatsache, dass ich das Glas nur halb ausgetrunken habe. Vielleicht wäre die Betäubung sonst stärker gewesen und der Silberdolch in Valls Hand hätte sein Ziel nicht verfehlt. Der Gedanke lässt mich erschaudern. Ich bin froh, dass Benedikt noch lebt, doch er hat mich kein einziges Mal hier aufgesucht. Ich bin weiterhin eine Gefangene. Und das lässt mich vermuten, dass er mich nie wieder ansehen wird wie früher. Dass alles, was wir hatten, in dieser Nacht zerstört wurde. Dass ich ihn verloren habe, obwohl ich doch eben erst beschlossen hatte, für ihn zu kämpfen. Ich habe für diesen Mann all meine Überzeugungen hinter mir gelassen, habe sie schmerzhaft aus meiner Seele seziert, nur für den Hauch einer Chance auf eine Zukunft mit ihm, die mir nun entrissen wurde. Rückblickend betrachtet schockiert mich nicht mehr, dass ich Benedikt liebe, sondern nur, wie lange ich gebraucht habe, um es zu merken. Letztendlich habe ich für ihn nie die Abneigung empfunden, die ich mir eingeredet habe. Ganz im Gegenteil. Und hätte ich nicht bis zur letzten Sekunde an den fehlgeleiteten Überzeugungen meiner Familie festgehalten, wäre vielleicht alles anders gekommen. Dann wäre der König jetzt nicht mein Feind und ich keine Gefangene mit ungewissem Schicksal. Wenn ich wenigstens wüsste, was sie mit mir vorhaben. Man sagt, es gibt nur zwei Gründe, aus denen Verbrecher im Tower festgehalten werden, statt in einem der moderneren Gefängnisse. Wer hier sitzt, den erwartet entweder Folter oder eine Exekution. Nicht selten beides. Ein weiterer Schauer läuft mir über den Rücken und ich rolle mich enger auf meiner harten Pritsche zusammen, ziehe mir die dünne Decke über die Schultern. Obwohl ich müde bin, ist an Schlaf nicht zu denken. Meine Gedanken kreisen unaufhörlich und sobald ich die Augen schließe, holen mich meine Albträume ein. Mit etwas Glück haben sie keine Beweise gegen mich. Immerhin habe ich nichts getan, außer diesen verdammten Sekt zu trinken. Doch würde Benedikt an meine Unschuld glauben, wäre ich nicht hier. Oder vielleicht hat Eris ihn davon abgehalten, mich zu besuchen, bis sie mehr wissen. Aber selbst wenn dem so sein sollte, Vals Schicksal steht außer Frage. Er wird für seine Taten sterben, sofern er überhaupt noch lebt. Der Gedanke an ihnen fühlt mich mit Wut und Verzweiflung gleichermaßen. Nach allem, was passiert ist, hätte ich jeden Grund, meinen Bruder zu hassen. Dennoch schnürt mir die Angst um ihn die Kehle zu. Und bei der Vorstellung, dass er irgendwo innerhalb dieser Mauern leidet, brennen erneut Tränen in meinen Augen. Ich kenne Val. Er wird schweigen wie ein Grab, wenn sie ihn verhören. Und das wird ihm vermutlich noch mehr Folter einbringen. Ich hingegen, ich weiß nicht, ob ich stark genug wäre, um dich zu halten. Zumindest nicht besonders lange. Wie gut, dass meine Familie mir ohnehin stets die wichtigsten Informationen vorenthalten hat. Ich weiß nicht mal, wo sie jetzt sind. Val sollte mich zu ihnen bringen, sobald ich Benedikt getötet habe. Und obwohl es die richtige Entscheidung war, das nicht zu tun, bereut ein Teil von mir sie. Denn indem ich Benedikts Leben gerettet habe, habe ich das meiner Familie riskiert. Auf dem Gang ertönen Schritte und ich versteife mich unweigerlich. Mir wurde schon vor ein paar Stunden ein Tablet mit Essen gebracht. Sie werden wohl kaum bereits ein weiteres bringen. Ich widerstehe dem Drang, mich unter meiner Decke zu verstecken und stehe stattdessen auf. Eine tiefe, unverständliche Stimme ertönt draußen. Der Schlüssel klackt im Schloss. Ich straffe die Schultern und drecke das Kinn. Was auch immer jetzt passiert, ich werde mich dem stellen. Etwas anderes bleibt mir gar nicht übrig. Wenn ich mich wehre, schleifen sie mich einfach gefesselt und geknebelt aus dieser Zelle. Aber wenn ich kooperiere, kann ich mir vielleicht Gehör verschaffen und Benedikt alles erklären. Doch als die Tür nun geöffnet wird, fällt all meine Entschlossenheit in sich zusammen. Der Hauch eines vertrauten Dufts umspielt meine Nase. Grüne Augen suchen die kleine Zelle ab. Dann findet Benedikts Blick meinen. Und der Schmerz in meiner Brust wird mit einem Mal so heftig, dass er mich beinahe in die Knie zwängt. Vor mir steht nicht der Mann, den ich kannte. Das ist mir sofort klar. Denn hinter seinem so vertrauten Äußeren schimmert etwas gänzlich Fremdes durch. Benedikts Miene ist verzerrt und so hasserfüllt, dass mir kalte Gänsehaut den Rücken empor kriecht. Mein Körper sehnt sich danach, mich in seine Arme zu werfen. Doch der König ist zweifelsohne nicht gekommen, um mich zu trösten oder mir gar zu verzeihen. Im Gegenteil. Er sieht aus, als wolle er mich verdammt nochmal umbringen. Ich bleibe regungslos stehen, während sein Blick über meinen Körper wandert. Er mustert das zerschlissene Blutkleid, das ich noch immer trage, und die Abscheu in seinen Augen scheint nur umso heißer zu brennen. Ich kann mir denken, woran es ihn erinnert. An unseren letzten Abend zusammen und an meinen grausamen Verrat. Langsam schließt er die Tür hinter sich, macht einen Schritt auf mich zu und unwillkürlich weiche ich vor ihm zurück. Ich kann seinen Hass förmlich spüren. Es fühlt sich an, als würde Benedikts Anwesenheit die Luft in Brand setzen und dem Raum sämtlichen Sauerstoff entziehen. Ich kann nicht mehr atmen, wenn er mich so ansieht, also weiche ich seinen Blick aus, mustere stattdessen sein weißes Hemd. Die obersten Knöpfe sind geöffnet, so als hätte auch er das Gefühl gehabt, zu ersticken. Doch sonst will der gebügelte Stoff nicht so recht zum Rest seines Erscheinungsbilds passen. Benedikt wirkt blass und erschöpft. Er hat sich nicht rasiert, seine Locken sind zerzaust. Noch für ein paar Tagen wäre ich zärtlich mit den Fingern hindurchgefahren. Jetzt kriege ich nicht ein Wort heraus, aus Angst, er könnte die Beherrschung verlieren. Ich stocke, als ich seine Hände bemerke. Ist das Blut? Er kommt noch näher und mein Puls beginnt zu rasen. Mit einem Mal habe ich die kalte Steinmauer im Rücken. Ich kann nicht anders, als zu ihm hochzusehen. Benedikts Blick erinnert mich unweigerlich an unsere letzte Begegnung. An dem Moment, kurz nachdem Werle ihm den Dolch in die Brust gerammt hat und ich Benedikt angefläht habe, ihn nicht zu töten. Es war das erste Mal, dass er mich mit Abscheu angesehen hat. Doch vielleicht wird es von jetzt an immer so sein. Die sanfte Zuneigung, die der König mir so lange entgegengebracht hat, ist in etwas Dunklerem verloren gegangen. Wurde zur Asche verbrannt, von meinem Verrat. Benedikt, ich setze ich an, doch er überwindet die letzte Distanz zwischen uns. Seine blutigen Finger umschließen meinen Hals und bringen mich zum Schweigen. Er drückt nicht zu, doch sein Griff ist fest genug, um mich an der Wand zu fixieren. Die Wärme seines Körpers mischt sich mit der Kälte des Steins in meinem Rücken und sein vertrauter Duft nach Wald hüllt mich ganz ein. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, befiehlt er und sein schneidender Ton verlässt mich erschaudern. Dennoch kribbeln meine Fingerspitzen, sehnen sich danach, ihn zu berühren, ihn näher an mich zu ziehen. Ich setze zu einem Widerspruch an, doch kaum, dass ich den Mund öffne, verstärkt sich der Griff seiner Finger. Ich will es nicht hören, fährt er mich an und sämtliche Herrchen an meinen Armen stellen sich auf. Er atmet schwer, seine Schultern beben leicht, fast als würde es ihn sämtliche Kraft kosten, sich zu beherrschen. Ich will nicht daran glauben, dass er mir wehtun könnte. Und gleichzeitig stelle ich mir vor, was passiert, wenn er zudrückt, wenn er dieser Wut, die offensichtlich in ihm brodelt, freien Lauf lässt. Ich schlucke und Benedikts Blick wandert zu meinem Hals. Er atmet tief durch und sein Daumen streicht kaum merklich über meine Pulsader. Esst er deswegen hier für mein Blut oder überlegt er nur, wie er mich am besten tötet? Willst du von mir trinken? flüstere ich und er verzieht das Gesicht. Sei still, knurrt er mich an. In seiner tiefen Stimme klingt eine Drohung, mit dem mein Herz noch weiter zertrümmert. Hört ihr doch wenigstens an, was… Das war ein Befehl! Dann hat er und ich zucke zusammen. Er presst mich fester gegen die Wand und ich spüre seine Brust an meiner, seinen Atem auf meiner Wange. Vielleicht solltest du dir angewöhnen, sie zu befolgen oder willst du mir noch mehr Gründe liefern, dich zu verurteilen. Nur zu Florence. Schaufel dir dein eigenes Grab. Ich hebe die Hände, streife seinen Bauch, doch als seine Finger an meinem Hals zucken, lasse ich sie eilig wieder sinken. Stattdessen balle ich sie an meinen Seiten zu Fäusten, atme gegen den Schmerz an, der meinen gesamten Körper eingenommen hat. Wie kannst du mich verurteilen, ohne mir auch nur die Chance zu geben, es zu erklären, flüstere ich. Er schüttelt nur schwach den Kopf. Zwing mich nicht, dir wehzutun. Ich weiß, dass es eine Drohung ist, aber warum klingt es dann so sehr wie ein Flehen? Hoffnung keimt in mir auf. Wenn auch nur ein Bruchteil seiner Gefühle noch besteht, kann ich ihn vielleicht dazu bringen, mir zuzuhören, mir zu glauben. Denn was auch immer er gerade von mir denkt, es entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Und das ahnt sicher auch Benedikt, denn ohne mit mir zu reden, fehlt ihm ein großer Teil des Puzzles. Die Beweise gegen mich bilden lediglich den Rand, wenn überhaupt, denn wie viele kann er denn überhaupt haben? Vielleicht hat er den Dolch gefunden, und vielleicht hat er Val befragt. Vielleicht ist es sein Blut an Benedikts Händen. Mir wird schlecht. Trotzdem presse ich die Lippen zusammen und schweige. Die Stille zerreißt mich innerlich, doch ich ermahne mich zur Geduld. Es bringt mich nicht weiter, ihn wütend zu machen. Benedikt lockert seinen Griff. Sein Blick fällt wieder auf meinen Hals, und nach einer Sekunde des Zögerns lege ich den Kopf schief, biete ihm mein Blut an. Mein Herz schlägt immer heftiger, je länger er mich so mustert. Ich sehne mich nach seiner Nähe, nach etwas, das sich wie früher anfühlt, egal in welcher Form. Ich will ihn einfach nur spüren, will, dass er diesen Funken Hoffnung in meiner Brust weiter schürt, mir etwas gibt, woran ich mich festklammern kann. Denn im Moment fühlt es sich viel zu sehr an, als wäre ich im freien Fall, und als wäre der Boden schon gefährlich nah. Doch Benedikt kommt nicht näher. Er senkt nicht den Kopf, legt nicht seine Lippen auf meine Haut. Stattdessen lässt er mich los, bringt wieder Abstand zwischen uns und wendet sich mit einem frustrierten Schnauben der Tür zu. Meine Brust wird eng. Ich will nicht, dass er geht, mich allein lässt mit Reue und Ungewissheit. Was hat Val ihm erzählt? Lebt mein Bruder noch oder hat er ihn getötet? Und wie lange bevor mir das gleiche Schicksal widerfährt, wenn er mich jetzt nicht sprechen lässt? Verdammt, der Mann, den ich liebe, scheint verschwunden und ich kann diesen neuen, fremden Benedikt nicht einschätzen. Wird er mich foltern, mich töten oder lässt er mich tatsächlich in dieser modrigen Kälte verrotten, so wie er es an der Sonnenwende versprochen hat. Er durchquert die Zelle und ohne nachzudenken folge ich ihm. Benedikt, bitte. Er greift nach dem Türknauf. Das war's, frage ich atemlos und blinzle die Tränen weg, die mir in die Augen steigen. Was sollte das? Bist du nur hergekommen, um mich zu quälen? Er wirbelt zu mir herum, sein Gesicht mit einem Mal wieder Wut verzerrt. Du weißt nicht mal, was dieses Wort bedeutet, fährt er mich an. Ich sollte dich auf der Stelle töten lassen. Ist dir das bewusst? Die Hölle wäre ohnehin ein weitaus passenderer Ort für dich. Dann tu es doch, rufe ich aus. Nur zu, bestraf mich. Mach es dir leicht, indem du dir die Wahrheit nicht mal anhörst. Ich kenne die Wahrheit, Florence. Und wie sieht die deiner Meinung nach aus? Er ignoriert mich einfach und wendet sich wieder ab. Gib mir wenigstens fünf Minuten, um es dir zu erklären, flehe ich. Doch er umfasst wieder den Türknauf. Ich greife nach seinem Ärmel und will ihn zurückhalten. Ben. Benedikt reagiert so schnell, dass ich keine Chance habe, mich zu wehren. Im einen Moment spüre ich den Stoff seines Hemds unter meinen Fingern, im nächsten hat er mir die Arme auf den Rücken gedreht, fixiert meine Handgelenke mit einer Hand und drückt mich mit dem Gesicht voran gegen die Wand neben der Tür. Mir entkommt ein erschrockenes Keuchen. Unbeholfen drehe ich den Kopf und begegne Benedikts Blick. Sein Griff ist eisern und in seinen Augen liegt ein Versprechen von Gewalt, das mein ganzes Sein aus dem Gleichgewicht bringt. Mein Herz will mir noch immer einreden, dass er mir nicht wehtun würde. Mein Kopf jedoch realisiert nur allzu deutlich, wie heftig ich gegen die raue Steinmauer geprallt bin und wie schmerzhaft fest er meine Handgelenke fixiert. Benedikt ist mein Feind, ob ich es will oder nicht. Mein Puls rast und seine Nähe brennt sich wie Feuer unter meine Haut. Wie in Zeitlupe beugt er sich zu mir hinunter. Er hält dabei bei meinen Blick. Seine Stimme ist nicht mehr als ein Raunen. Nenn mich noch einmal so und ich schneide dir höchstpersönlich deine verlogene Zunge heraus. Verstanden? Ich schlucke schwer. Mein Herz war längst gebrochen, doch nun fühlt es sich an, als würde Benedikt die Scherben weiter zertreten. Er zermalt jede einzelne von ihnen unter seinen Sohlen zu winzig kleinen Körnern und sie schürfen dabei wie Schmirgelpapier über meine schmerzende Seele. Meine Kehle ist wie zugeschnürt. Gänsehaut überzieht meinen gesamten Körper und doch kann ich nicht anders als mich weiter an meiner naiven Hoffnung festzuklammern. Das würdest du niemals tun, flüstere ich. Das bist nicht du. Benedikt verzieht den Mund zu einem kalten Lächeln. Bist du dir sicher? fragt er leise. Manchmal sind es diejenigen, die wir am besten zu kennen glauben, die uns am schwersten täuschen.